Hallo Ming So wie du konntest? Du kannst alles, was du nimmst? Nein, Mann. Ich bin zurück zum Popstar, seit ich allgehebte. Ich bin nicht sicher, wie du es nimmst. Willst du mich zu sprechen? Ja, ja. Ich bin nur raus. Ich kriege mein nächster Schiff. Ich mache sicher, dass alles cool ist. So, gehen Sie zum Popstars Stammplatz. Lass da drüben. Gehen wir da mal hin. Einfach nur eine Lieferung entgegennehmen. Das kann ja nicht so dramatisch sein. Oder doch? Jetzt ist es doch irgendwie wieder woanders. Na, dann schauen wir doch mal. Haben wir jetzt nicht hier irgendwo den Wagen stehen lassen? Ah ja doch, das Taxi steht da hinten. Aber so ein Motorrad wäre natürlich schon auch noch mal einiges cooler, ne? Sorry. Oh, Diebstahl kostet mich sogar ansehen. Ah klar, wir sind ja auch mitten in einer Mission. Da darf ich ja eigentlich sowas gar nicht. Oh, ich muss aufhören mit Motorrädern zu fahren. Das ist ja, das ist ja, das ist ja unverantwortlich eigentlich. So, erstmal wieder schön den Helm in die Hosentasche schieben. So, hier sind wir jetzt. Hey, ist Popstar around? What would a nice looking boy like you want with my boyfriend? Aha. Hallo. So, hier ist Popstar. Okay, wir müssen irgendwann hier Junkies finden. Was tänzlst du hier so rum? Hallo? Aha. Unscharf bis zum geht nicht mehr. Vielleicht war ich etwas zu nah dran. Ich geb's zu. Okay. Äh, dann organisieren wir das eben. Ist ja eigentlich gleich um die Ecke. Da muss ich mir jetzt, äh, nicht das Motorrad schnappen. Dann schaffen wir auch so. Ah, schau an, das haben wir gleich. Ah, die sind da wahrscheinlich auch noch irgendwo da drinnen. Spring! Ah! Komm schon. So, da sind sie ja auch schon. Äh, was willst du jetzt von mir? Musst ihr einen auf cool oder was? Einmal schlagen und dann ab in die Telefonzelle. Bam! So, und ich glaube, äh, damit weiß er Bescheid, oder? Kann es sein, dass ich eventuell ein bisschen zu grob war? Was kann ich denn bei dir da kaufen? Den Dragon Kick! Komm, kauf mal einen. Haben wir jetzt lange nicht mehr gehabt. Läuft. So. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal wieder. Jetzt haben wir nämlich auch wieder erhöhten Schaden. Man muss uns immer wieder mal ein bisschen auffrischen. Weil das hat man nämlich nicht ewig dann. So, Popstar, ich hab alles geregelt. Er ist okay. Ich bin auf Winstanz, Leute. Ja? Ja, ich habe das Gefühl, dass jemand jemanden die Tage gibt. Laber nicht. Wer ist das? Feng Shen. Best Schade in Hongkong. Du hast mein Geld? Ich habe dein Geld. Hier ist dein Paket. Tell me, du gehst mit Mädchen über 14. Oh nein. Hey, ihr auch. Komm schon hier. Let's go. Stopp. Ich bin unter Arrest. Okay, damit muss... Gut, dass ich das jetzt schon kenne. Ansonsten wäre ich da jetzt, würde ich da jetzt auch ziemlich blöd. Alter, komm schon. Ist ja gut jetzt. Und weg hier. Und weg hier. Und weg hier. Und weg hier. Scheiße, wo ist mein verdammtes Fahrzeug? Mal schauen, ob ich es schaffe. Komm. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Okay. Mal sehen, ob wir das jetzt schaffen, ob wir hier flüchten können. Aber hier scharf um die Kurve. War gar nicht so schlecht. Das könnten die nur leider auch. Okay, das nenne ich scharf um die Kurve. Verdammt nochmal. Ich darf nicht so viel Sachstab, Mann. Hey, ich glaube, die sind erledigt. Ha, nice. Dann würde ich sagen, bremsen wir einfach mal ab und telefonieren kurz. Ähm, Tank anrufen. Was hast du gefunden? Ich habe genug, um die Popstelle zu bieten. Aber ich habe auch einen Verkaufsgericht. Ein Typ nennen Fang Shen. Find out, where he hangs out. And I'll see if I can get something on. I'll get back to you. Ah, da kennen wir schon mehrere Leute. Wir haben eigentlich auch einen neuen Bericht, sehe ich gerade. Und zwar von Winston. Ha, Winston. Seine Codenome ist Dragon. Streng geheim. Mein Hauptkontakt ist Winston Chu, der Sun-O-Jee-Redpole, der einen Teil von Northpoint kontrolliert. Zumindest denkt er das. Wie aus meinen letzten Berichten vorgeht, verliert Chu die Kontrolle mehr und mehr an seinen regularisierten Sun-O-Jee-Redpole namens Sam de Geislin. Chu ist jetzt kipfelig impulsiv und nicht allzu clever. Er verfügt über keinerlei schulische Ausbildung, ist selbst mit den Intrigen auf Gang-Ebene überfordert. Seine Stimmungsschwankungen gehen möglicherweise auf Anabolis Steroide zurück, die er meines Erachtens regelmäßig einnimmt. Chu ist ein idealer Zugang in die Triade. Er ist ehrgeizig, aber zu dumm, um seine Ziele zu erreichen und braucht dringend eine intelligente rechte Hand. Diese Rolle spielt dann wohl ich. Allerdings hat mein rascher Aufstieg innerhalb der Worte Street Gang für Unruhe gesorgt. Ich bin überzeugt, dass Mutmaßungen über meine wahre Identität eher auf diese Eifersüchteleien als auf Beweisen beruht. Trotzdem muss ich aufpassen und meine Arbeit in meiner Zentrale absolut vertraulich behandelt werden. Chu ist, wie zahlreiche andere Anführer, der Sanoye darunter, auch Gailin in Wohnbauprojekt Old Prosperity aufgewachsen. Er scheint schon von früh an sich den Triaden angeschlossen zu haben und hat mittlerweile den Zenit seiner Macht erreicht, um noch weiter aufzusteigen. Um noch weiter aufzusteigen, muss er seine Aktivitäten völlig neu ausrichten, wenn er mit den weitaus versierten Red Poles wie Big Smiley, Tuchin Tsao oder Broken Nose Ziyang Schritt halten will. Okay, coole Randinformationen, die wir bisher noch nicht kannten. Letztendlich möchte ich jetzt aber erstmal wieder zu Ming zurück, denn dem soll ich jetzt erstmal seine Drogen bringen und trotzdem frage ich mich, warum er da jetzt ausgestiegen ist. Interessant, was die Figuren manchmal alles hier so für Hauptsache ich mach Sachschaden für ein eigenes Leben haben. Wir sind doch hier nicht bei den Sims. So. Naja, die Drogen sind schnell zu Ming gebracht. Hier wieder kurz ausgestiegen. Oder können wir da... Ne, da müssen wir schon zu Fuß rein. Na, komm. Können wir auch von hier gehen? Ja, natürlich. Hallo Ming, ich bin zurück. Hier hast du deine Drogen. Alles geklärt. Na also. So, Kontakt mit 10 Personage, Popstars Hauptlieferant getroffen. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Gut, Fall abgeschlossen. Punkte gibt's einigermaßen. Wow! mega Aufstieg. Geil! Gibt auch nochmal richtig Geld und einen neuen Bericht zu Winston und Sam Lynn. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zu den Upgrades. Das sind jetzt die Cop Upgrades. Und hier könnte ich jetzt entweder brechen sie ein Slim Jim Auto auf, ohne Alarm auszulösen oder die Scheibe zu zerstören. Oder Way kann Schusswaffenträger kampflos entwaffnen und Way kann einen Zettel beziehen, während er bewaffnet von einem Fahrzeug springt. Aha. Das ist natürlich nicht schlecht. Way findet Schusswaffen in den Kofferraum von Polizei wegen. Hm, das ist schwierig, was ich da jetzt als erstes mache. Ich glaube, ich werde erstmal normale Waffenträger entwaffnen können. Damit, glaube ich, fahre ich ganz gut. Popstars Kontakt operiert im Lok Fu Park. Überwachen sie ihn. Das ist dann wohl unser nächster Fall. Wir könnten jetzt zum Beispiel noch den Bericht hier weiterlesen. Und zwar, wartet mal, es gibt jetzt was Neues zu Winston Chu. Achso, das ist Winston Chu. Das ist Winston... Oh, da haben wir noch einiges, ey. Ich würde sagen, das lesen wir uns jetzt auch noch durch, weil es einfach interessant ist. So, Jackie Ma ist eh klar. Laut Scondrell ist die Zielperson Jackie Ma keine bekannten Spitznamen oder Straßennamen, ein Gangmitglied der untersten Ebene. Ja, der Nubi halt. Die Zielperson ist mit einigen Mitgliedern der Water Street Gang einschließlich Winston Chu aufgewachsen, gehört selbst aber nicht zur Gang. Er wird nicht in geheime Planungen oder Operationen eingeweiht, wird gelegentlich als Laufbursche eingesetzt. Zielperson neigt hinsichtlich seiner Gangverbindungen zu starken Übertreibungen. Verwendbarkeit als Türöffner fraglich. Angesichts der Labilität und gemeinsamen Vergangenheit der Zielperson mit unserem Mann dürfte der Erstkontakt kein Problem sein. Es ist allerdings nicht geklärt, ob die Zielperson die erforderlichen Kontakte überhaupt herstellen kann. Wir sollten ernsthaft überlegen, schnellstens auf Scondrell oder einen anderen Informanten zurückzugreifen. Also wir wollen Jacky gleich wieder Gangwind schießen so ungefähr. Sam Dugais Lin Das ist also unser Feind. Scondrell behauptet, detaillierte Kenntnisse über die Aktivitäten der Jade Gang sowie ihren mutmaßlichen Anführer Dugais Lin zu besitzen. Laut Scondrell hat Dugais kürzlich eine berechtliche Geldsumme für die Ausweitung der Gang Aktivitäten in das angrenzende Territorium der San Oye erhalten. Die Aussage deckt sich mit der polizeilichen Überwachung, die eine erhöhte Spannung zwischen einzelnen San Oye Gruppen sowie eine wachsende Gewaltbereitschaft im Bezirk Northpoint erkennen lässt. Sie erklärt jedoch nicht, warum die Jade Gang durch einen offenen Konflikt mit einer verbündeten Gruppierung unter dem Schutz des Drachenkopfes Vergeltungsaktion seitens der So-Uni-Führung riskieren sollte. Angesichts der extremen Gewaltbereitschaft von Drachenkopf David Onkel Po wäre das Risiko vor allem für Dugais Lin selbst beträchtlich. Laut Scondrell betreibt Lin eine Kombination aus Gier und persönlichen Ehrgeiz an. Auf den ersten Blick erscheint dies eher unwahrscheinlich, zumal ein Angriff auf die ebenfalls in diesem Bezirk operierte 18k weitaus profitabler wäre. Glaubt man jedoch, Scondrell hat Dugais das Geld nur unter der Bedingung erhalten, die richtigen Ziele zu attackieren, nämlich Vincent Juice Water Street Bois Lin selbst zu gierig um Nein zu sagen und zu dumm um die Rache des Sondernierführer zu fürchten. Also es sind beides Anführer der jeweiligen Gruppen, beide irgendwie nicht die hellsten. Mal sehen, was es zu denen gibt, wenn wir die mal vergleichen. Hintergrund Konflikt zwischen Vincent Schuh und Sam Lin Codern mit Dragon 30. September 2010 streng ein betreffender Grund. Genau, nochmal der Hintergrund. Die Water Street Gang konzentriert sich derzeit auf die Abwehr diverser Übernahmenversuche durch die Jade Gang einer weiteren Gruppierung der Son und Je. Die rivalisierten Red Poles Vincent Schuh und Sam Dugais Lin die Anführer der Water Street bzw. Jale Gang waren früher mal befreundet. So, soweit wissen wir Bescheid. Es ist wichtig zu wissen, dass dieser Konflikt nicht nur zwei unbefreundete Gang mit Anführer betrifft, sondern weitreichende Machtkämpfe der Son und Je widerspiegelt. Einige weitaus mächtigere Red Poles führen hier offenbar einen Stellvertreterkrieg um die Kontrolle über die gesamte Triade. Dugais wird von Big Smiley unterstützt, einem prominenten Red Pol mit Kontakten zum Drogenhandel, zur Prostitution und zur Pornobranche. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber offenbar will Lee die herrschenden Machtverhältnisse erschüttern, um sich daraus folgende Chaos zunutze zu machen. Wie sie wissen, werden Triadenführer mehrheitlich gewählt. Bei einer Wahl in Friedenszeiten hätte Lee kaum eine Chance, da einflussreiche Red Poles wie Broken Nose Young, Tu Ching Tsao oder Pog Mark ihn als Anführer strikt ablehnen. Big Smiley ist selbst für Triadenverhältnisse untragbar, gilt aber als stark und skrupellos, was in der Tradition der Triaden wiederum sehr positiv wahrgenommen wird. Er scheint die Strategie zu verfolgen, Dugais innerhalb der Organisation für Chaos sorgen zu lassen, um daraus seinen Führungsanspruch abzuleiten. Das ist interessant wiederum, dass die Dugais quasi irgendwie unauffällig immer noch hinten ranschieben. So ist das. Wir schauen auf die Karte. Der Bam Bam Club, der ist cool. Also im Lokfu Park ist der Hinweis Nummer 2. Also da geht's weiter oder wir machen weiter mit dem Kleinbossgeschäft oder beschäftigen uns mit weiteren Aktivitäten. Was ich jetzt noch wissen wollte, ist den Fall, den ich jetzt hier mache. Wie wirkt er sich auf die Statistik aus? Gefälligkeit aber Nummer 2. Gemeisterte Mission ist also keine... Ist halt weder noch weder Event noch gemeisterte Mission. Wahrscheinlich ist das aber auch... Ah, hier steht ja was. Abgeschlossene Fälle. Einer von 4. Aha. Dann gibt's nur 4 Fälle im gesamten Spiel und ich bin wohl gerade an einem dran und deswegen Pops dahin war's Nummer 2, weil er sich das so alles um 1 dreht. Aha. Dann ist grün doch die Main Quest. Denn, äh, die Fälle sind dann nur extern. Interessant. So ist das also hier bei Sleeping Dogs. Ich würde sagen, im nächsten Part beschäftigen wir uns weiter mit dem Fall, denn das finde ich gerade interessant. Ich möchte den jetzt, glaube ich, komplett abschließen, bevor ich mich dann mit einer weiteren Story-Mission beschäftige. Ich hoffe, ihr seid damit anverstanden und dann sehen wir uns im nächsten Part von Sleeping Dogs wieder und entschuldigt, dass diese, äh, Episode nicht ganz so actionreich war, sondern etwas mehr mit Hintergrundinformationen war. Aber mal ganz ehrlich, wenn die Entwickler sich schon so Mühe geben und solche Informationen mitliefern, dann finde ich, dass man vor allem in einem Let's Play sowas auch zeigen sollte. Ne? Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder Action gibt. Das ist ein Problem. Vielen Dank.